Namaskara-Prapada-Ustrasana, auch genannt Namaskara-Prapado-Strasana. Das Kamel auf Zehenspitzen mit Händen vor der Brust. Ausgangsposition, die Vishnu Prema jetzt zeigt, ist vom Fersensitz, das Beckenheben, eben den hohen Fersensitz. Von hier gibt die Handflächen zusammen vor dem Brustkorb, eben im Namaskara-Mudra. Und dann schiebe das Becken nach vorne und gib die Schultern nach hinten und beuge dich nach hinten. So bist du in Ustrasana im Kamel. Und jetzt gib noch die Zehenspitzen auf den Boden, sodass es Prapada-Ustrasana ist. Und so hältst du die Hände in Namaskara. Diese Stellung hilft dir, eine Ehrerbietung zum Himmel zu erfahren, ist eine gute Rückbeuge und eine Übung, um dein Herzchakra in Freude und Liebe zu erfahren. Alle Informationen über viele weitere Variationen von Ustrasana Kamel auf wiki.yoga-vidya.de So ist das Beckenheben. Vielen Dank.